Willkommen zurück zu Evil Land in der... Äh, Evil Land 2 in der Legendary Edition. So. Da. Die haben wir erledigt. Okay. Oh, oh, oh. Schnell weg hier. Wir mussten das auch gerade vier Stück sein, auf einmal. Wo ist diese netten... Leute. Mach mir langsam Sorgen um Minus. Ach, mein Liebchen. Eure prallen Muskeln lassen mich ja schaudern. Lasst mich frei. Ich bin nicht euer Liebchen. Oh, jemand ist gekommen und hat mein Liebchen gestohlen. Aber mich werden sie nicht erwischen. Sieht so aus, als bräuchte mir nur unsere Hilfe. Nein. Jetzt sagen wir nicht, dass es hier wie... bei... Donkey Kong. Doch, es ist hier bei Donkey Kong. Oh, komm. Ach, mein Liebchen. Eure Freunde sorgen sich so sehr um euch. Ich aber auch. Niemand kann es voneinander trennen. Oh, komm. Oh, komm. Wo ist er denn? Not wieder? Wat ist er? Und da? Mal ganz kurz ein paar Herzchen holen. So. Nein. Jawohl. Hm. Hallo Minus. Level up. Danke. Euch allen. Ich weiß nicht, was ich ohne euch hätte getan. Was sagt ihr da Minus? Ihr hättet doch genau das gleiche für Droplay, Velvet oder mich getan, oder nicht, wahr? Ich bin so froh, dass wir euch vor dem fiesen Troll gerettet haben. Mit seiner Maske und seiner Keule, brrrr, gar nicht auszudenken, was er euch angetan hätte, wenn wir nicht eingegriffen hätten. Darüber würde ich lieber nicht mehr reden. Erwähnt es nicht. Ich habe den ganzen Vorfall bereits vergessen. Droplay, mit dieser Leiter sollten wir es aus der Höhle schaffen. Ich glaube, wir können das Training als abgeschlossen betrachten. Wunderbar. Wir können am Turnier teilnehmen. Okay. Dann machen wir das auch mal. Und wir kriegen wieder Münzen. Oh nein, die Gegner sind wieder. Ach, komm. Ah, ich will jetzt hier durch. Ich habe keine Lust mehr auf euch. So. Ich glaube, erst wenn ich das Training habe, bin ich erwacht. So, den weichen wir auch aus. Nehme ich es zu tun. So. Mal schön hier alles mitnehmen. Münzen nehmen wir auch immer mit. Mal wieder gern genommen. Und das war es zum Speichern. Jibiii. Und hier ist das nächste zum Speichern. Kann man immer parallel speichern. So, ich habe mich qualifiziert. Das heißt, ich glaube, ich musste hier rein. Hallo, seid ihr hier, um euch jährlichen Wikinger-Turnier anzumelden? Ja. Möchtet ihr die Turnierregel hören? Ja. Was möchtet ihr wissen? Das Turnier besteht aus individuellen Anzelkampf-Duellen. Ehe ihr den Bosskampf bestreitet könnt, müsst ihr alle sechs Krieger besiegen. Wer er als erster den Boss bezwingt, gewinnt den Preis. Dieses Jahr ist der Preis so ein antikes Dings, das wir beim Buddeln im Tunnel gefunden haben. Was möchtet ihr wissen? Duelle. Beim Duell müsst ihr heilige Juwelen ausrichten, um ihr Energie zu sammeln. Mit Hilfe dieser angesammelten Energie könnt ihr dann Spezialangriffe durchführen. Da ihr noch ein Grünschnabel seid, könnt ihr euren Freund bei Spezialangriffen um Hilfe bitten. Wenn ihr euren Zug beendet habt, ist euer Gegner an der Reihe. Um ihn zu bezwingen, müsst ihr ihm sein gesamtes Leben nehmen. Vergesst nicht, nur Ware. Von der großen Schildgröße ausgewählte Krieger halten unendliches Leben. Was möchtet ihr wissen? Nein, gar nichts. Oh, das Signal. Das Turnier hat begonnen. Viel Glück und bleibt stark dort draußen. Ähm, wo ist das Turnier jetzt? Seid ihr zum Duell bereit? Ja. Ah, okay, gut. Ähm. Das ist wie bejeweled. Keine Bewegung mehr möglich. Okay. Okay. Jawoll. Wenn ich das da runternehme... Ne, dann... Jawoll. Zusatzzug. Grün. Grün. Ah, gelb ist auch nicht schlecht. Das ist hier gut, aber da komme ich noch nicht ran. Warte mal, doch, wenn ich so mache... Dann rutscht das nur runter. Hätte ich doch das Grün wieder nehmen sollen. Münzen. Ja, wer braucht denn Münzen? Auch das Schwert zum Angriff. Genau das brauche ich. Drecksack! Zusatz. Ähm. Damit mache ich den frei, aber den muss ich jetzt anders frei machen. Ah, danke. Überraschungsangriff. Ey, das war nicht fair. Na gut, dann nehme ich den blauen. Den roten, das war klar. Ach, leck mich doch, du blödes Drecksding. Hier gibt es jedenfalls nochmal Münzen. So, das war ein Zusatzzug. Äh, zerstört eine Linie, verursacht sechs Schaden. Okay. Einer Linie zerstören. Geht nur hier. Oh. Oh. Okay. Das ist ja nett. Darf ich nochmal? Ah. Das jetzt da rüber schiebe. Da hoch. Darüber. Bau dahin. Na, ich kann immer nur gelb oder grün. Mal wieder gelb. Ach, verdammt. Ich habe es ihm gegönnt, ey. Mist, so war es nicht gedacht. Ähm. Das bringt mich jetzt gar nicht weiter, aber das könnte mich weiterbringen. Das hat ihn weitergebracht. Ich glaube es nicht. Eine ganze Reihe zerstören. In der P heilen. So. So. Danke. Bam. Gewonnen. Ich habe euch offenbar unterschätzt. Ich gebe mich geschlagen. Ähm. Bevor ihr den Boss sehen dürft. Okay. Sechs. Ja. Oh. Oh, oh, oh. Das ist gut. Wartet. Das kann ich so machen. Das war ein guter. Ähm. Blick genau, Tro. Wenn ich den. Da kriege ich nur wieder Münzen. Aber ich will jetzt keine Münzen. Ich will ja hier. Ah, du Arsch. Der rutscht da einen runter. Dann, damit kriege ich den da hin. Rutscht das Gesamt einen runter. Das bringt mich auch nicht weiter. Mache ich so. Gehe ich auf Risiko. Oh, ich habe einen Zusatz zu bekommen. Okay, gut. Gut. So, schön. Jetzt macht der da. Ja, gut. Mach du das und mal das. Und das ist mir egal. Der Rest. Dann bin ich nicht jedenfalls platt. Dazu. Ja, das ist alles noch sehr simpel gehalten. Mh. Kriege ich den. Bah. Weiter. Damit helfe ich ihm. Kann ich jetzt hier so machen. Okay. Ich habe jetzt einfach mal das Geld genommen, die Münzen. In der Hoffnung, dass es was bringt. Aber es hat mich gar nicht weitergebracht. Zerstört ein Quadrat. Fürsacht sechs Schaden. Drei pro Juwel. Drei pro Juwel. Hier sind es drei. Da sind es vier. Come on. Seid ihr überhaupt? Ja. Go play. Let's play der Leidenschaft. So. Okay. Hey, der nimmt mir ganze Münzen weg. Was soll denn das? Ja, das ist... Die Gentes Entscheidung. Das ist besser. Damit greife ich ihn an. Schaden und ich darf nochmal. Genau. Das ist gut. Das gefällt mir. Na. Das bringt mich nicht weiter. Aber ich kann damit nicht diese Kettenreaktion verursachen. Hier genauso wenig. Das heißt... Ja. Muss ich so machen. Okay. Okay. Nein. Warum hat er... Ich hätte gerne so gerne den Fünfer gehabt. Ich weiß ja nicht, ob ein Fünfer was bringt, aber ich hätte ihn gerne gehabt. So. Ja. Oh, geil. Zusatz. Das ist gut. Geil. Ja. Nimm ruhig du die Münzen. Nimm die Schwerter. Ah. Hm. Ja. Bleibt mir nichts anderes über. Damit könnte mir das eben platt machen, ne? Glaubt mir noch. Viel Spaß. Habt ihr mich besiegt? Ganz einfach, indem ich gespielt habe. Ich bedanke mich jedenfalls ganz herzlich. Bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Trott rein. Tschüss. Tschüss. Tschüss.